Klein a. Bestimme die technische Stromrichtung in dem vertikalen elektrischen Leiter. Klein b. An welchem Punkt ist die Magnetfeldstärke größer? Am Punkt P oder am Punkt Q? Begründe deine Antwort. In Klein a setzen wir die Finger der rechten Hand so an, dass sie in diesem Orientierungssinn der magnetischen Feldlinien zeigen, also so. Dann zeigt der Daumen der rechten Hand in die technische Stromrichtung, was bedeutet, oben ist der Pluspol und unten der Minuspol. Die technische Stromrichtung ist also nach unten. In Klein b nutzen wir die Formel von Bio Savard. Wir erkennen, wenn der Abstand r zum Leiter größer wird, dann wird dieser Nenner größer. Also wird der ganze Bruch kleiner. Daraus schließen wir, wenn der Abstand zum Leiter steigt, dann fällt die magnetische Feldstärke. Daraus wiederum schließen wir, dass die magnetische Feldstärke am Punkt P streng größer sein muss, als die magnetische Feldstärke am Punkt Q, weil der Punkt Q weiter weg ist vom Leiter als dieser Punkt P. Und das ist auch schon die Endantwort auf Klein b.